Hallo liebe Lamas und herzlich willkommen zu diesem neuen Vorstellungsvideo. Wir schauen uns heute an Echos, der erste Kontinent, ein Spiel von AEG. Jetzt zu Spiel auch schon auf Deutsch bei AEG selbst, das ist das erste Spiel, das AEG eben selbst auf Deutsch rausbringt. Und ich wollte euch in diesem Video einfach mal zeigen, was machen wir in Echos, was passiert da. Es ist so ein bisschen quasi eine kleine Regelerklärung mit dabei, aber nicht vorrangig. Und in Echos, der erste Kontinent, geht es erstmal darum, dass wir Siegpunkte machen. Und zwar entweder 60 oder 80 und das läutet dann das Spielende ein. Wir spielen es mittlerweile meistens mit 60 Siegpunkten. Wir bauen ein Kontinent auf. Dieser Kontinent besteht aus drei unterschiedlichen Landschaftstypen, nämlich Wüste oder Sand, Grasland und Wasser. Wasser gibt es noch in unterschiedlichen Farben, das ist aber egal, das ist beides Wasser. So, dann gibt es für diese Landschaftstypen, können wir noch erschaffen, Berge und Wälder. Und wo ein Berg ist, kann dann tatsächlich auch ein Wald sitzen, denn es ist quasi ein bisschen ein afrikanischer Kontinent. Das Ganze tun wir, indem wir Karten ausführen. Wir haben hier also Karten ausliegen. Jeder hat von Anfang an drei ausliegen. Er hat weitere drei, sechs, neun auf der Hand. Es hat also jeder ein Deck aus zwölf Karten, wovon es ganz verschiedene gibt. Wir haben hier unterschiedliche Sets zu erkennen, unten an dem Symbol links oder rechts. Das heißt, man kann die Sets auch ganz verschieden zusammenstellen. Die haben dann auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte jeweils. Da ist also Varianz drin. Und mit diesen Karten führen wir eben Effekte aus, um damit das Spielfeld zu manipulieren. Wie kann ich diese Karten ausführen? Wir sehen links auf der Karte immer Symbole. Und eine Runde Echos läuft so ab, dass der Vorbote, der Spieler, der quasi aktiv nicht am Zug ist, aber der eben aus diesem Beutel ziehen darf. Da haben wir so einen wunderschönen Echos-Beutel. Der zieht bei drei und vier Spielern einen Marker aus dem Beutel und sagt an, es ist das Sonnensymbol. Dann darf jeder aus seinem Vorrat einen Energiestein nehmen und auf ein Sonnensymbol legen. Wenn man das nicht möchte, darf man auch seine Spielerscheibe eins nach rechts drehen. Wenn man sie zweimal oder dreimal nach rechts gedreht hat, gibt es dann Effekte, wie man darf eine Karte ziehen oder eine Karte ausspielen oder einen zusätzlichen Energiestein bekommen. Und dann dreht man immer wieder auf Start. Das heißt, da werden so lange Symbole gezogen, bis einer sagt Echos. Das läuft also simultan ab. Jetzt haben wir noch eine Sonne, die möchte ich nicht, also drehe ich. Wir haben die Fischeier, die kann ich schon mal hier vorbereiten und draufsetzen. Dann haben wir die Steine, möchte ich nicht, also drehe ich. Wir haben eine Antilope, ein seltenes Symbol, möchte ich also. Die Verteilung der Symbole ist nämlich hier drauf. Wir haben Wasser, Wasser kann ich auch gerade mal nehmen, passt. Tun wir mal das hier von dem Plan wieder weg. Dann haben wir Fischeier, wie ich sie immer nenne. Nö, möchte ich nicht. Drehe ich, möchte ich einen zusätzlichen Energiestein, drehe damit wieder auf Start. Wir haben eine Sonne, möchte ich nicht, drehe ich also weiter. Wir haben noch eine Sonne, möchte ich nicht, drehe ich weiter. Wir haben einen Stein, möchte ich nicht, drehe ich weiter. Möchte ich noch einen Energiestein, drehe wieder auf Start. Und so läuft das quasi, bis ich es geschafft habe, eine Karte voll zu machen. Wenn ich eine Karte voll gemacht habe, rufe ich Echo. Und dann müssen wir quasi vom Spieler mit dem Säckchen ausgehend diese Effekte ausführen. Wenn man dran ist, kann man dann entscheiden, möchte ich den Effekt überhaupt noch ausführen oder nehme ich den letzten Stein, den ich gesetzt habe, zurück und drehe stattdessen die Scheibe, weil es kann sich natürlich auf dem Spielfeld einiges geändert haben. Hier der Effekt sagt jetzt zum Beispiel, lege ein Grasland an. Das darf ich dann beliebig auf diesem Feld anlegen. Es darf so angelegt werden. Es darf so, es muss heißt, es muss sich eine Kante berühren. Also ich könnte hier zum Beispiel das Grasfeld größer machen. Dann darf ich ein Wasserfeld durch ein Grasfeld ersetzen. Ja, perfekt ersetzen heißt unter anderem alles davon wegnehmen und ein Grasfeld hinlegen. So, dann erhalte ich eine Karte und spiele sie aus. Dann darf ich quasi vom Nachziehstapel eine Karte ziehen und diese Karte auch ausspielen. Also eine neue bei mir hinlegen. Karten können auch Tiere ins Spiel bringen. Tiere sehen wir hier. Gibt es ganz unterschiedliche Gorilla, Leopard, Antilope, Rhinozeros, Seekuh, Löwe und Hai. Sowie Elefant, Flusspferd, Gepard, Orca, Fisch und Storch. Diese Tiere haben natürlich auch unterschiedliche Lebensräume, wo sie also leben können. Wasser, Wüste, Grasland, manchmal auch mehrere davon. Zum Beispiel das Flusspferd kann im Wasser sowie im Grasland leben. Das heißt, das kann ich auch dementsprechend platzieren. Nehmen wir mal diese Karte als Beispiel. Bewege bis zu drei Antilopen ein Feld. Wenn also schon Antilopen auf dem Spielplan wären, dürfte ich diese bewegen. Dann platziere eine Antilope, nehme ich mir also eine Antilope, schau, wo darf sie leben? Auf dem Grasland. Platziere sie also auf dem Grasland. Dann erhalte ich zwei Punkte pro Antilope in dieser Gruppe. Und eine Gruppe sind aneinander angrenzende Tiere. Deswegen darf ich die vorher bewegen, um quasi dafür zu sorgen, dass sie aneinander angrenzend sind. Und das hier wäre dann jetzt zum Beispiel, würde ich sechs Punkte bekommen, weil diese Gruppe Antilopen aus drei Tieren besteht. Dann darf ich eine Karte spielen und dann darf ich einen Joker darauf setzen. Das bedeutet Joker darauf setzen, ein beliebiges Symbol abdecken. Natürlich nur, wenn ich auch noch einen Würfel habe. Ansonsten dürfte ich wieder die Scheibe drehen. Ich sehe, ich habe es gerade out of camera gelegt. Hier, das wäre quasi die Karte und ein beliebiges Symbol abdecken. Zum Beispiel die Sonne oder eben meine Scheibe weiter drehen. So läuft das ganze Spiel darüber, dass ich quasi Karten ausspiele, Effekte auslöse. Die zwölf Karten in meinem Set sind quasi schon so aufeinander abgestimmt, dass es explizit in der Anleitung steht. Man braucht nicht unbedingt neue Karten ziehen. Wenn man die richtig nutzt, kann man damit gewinnen. Denn was ich jetzt gerade noch nicht erklärt habe, ist, wenn ich eine Karte nutze, muss ich dann die Energiesteine davon abräumen. Das heißt, die kriege ich zurück in den Vorrat. Und muss die Karte um 90 Grad nach rechts drehen. Ist dann hier oben kein Blatt mehr zu sehen, also an der Seite, die dann oben ist, dann muss die Karte abgeworfen werden. Das heißt, diese Karte hat ein Blatt, die darf ich einmal benutzen. Drehe ich diese Karte, weil ich sie aktiviert habe. Dann sehe ich, von vier Blättern geht es auf drei Blätter. Die darf ich also noch dreimal benutzen, noch zweimal, noch einmal. Und jetzt ist sie dann wieder auf vier. Dementsprechend muss sie raus, weil das geht nicht, dass sie sich quasi selbst zurückdreht. Und so werden sehr mächtige Karten auch immer wieder aussortiert, sodass man keine Power-Kombination hat, die dann unendlich lange läuft. Aber natürlich kann man versuchen, das Optimum an Punkten aus dieser Kombination rauszuholen. Noch ein kleiner Hinweis, ich habe auf BoardGameJunkies.de eine Regelzusammenfassung. Das ist einfach nur eine DIN A4-Seite. Mehr ist es nicht, mehr brauchen wir nicht, um Ecos zu spielen. Es ist also im Grunde ein sehr einfaches Spiel. Die Strategie und Taktik kommt dann aus den Karten, wie man sie nutzt und aus der Interaktion mit den Mitspielern. Denn natürlich sind unterschiedliche Sets zwar auf unterschiedliche Dinge spezialisiert, aber der eine möchte zum Beispiel zusammenhängende Lebensbereiche. Der andere möchte möglichst getrennte Lebensbereiche, also möglichst viele unterschiedliche Lebensbereiche einer Art. Und dann kommt man sich spielerisch schon ein bisschen in die Quere und versucht das natürlich auch für sich auszunutzen. Und das macht meiner Meinung nach wirklich den Reiz von Ecos aus. Und für mich ist es eines der Highlights auf der Spiel dieses Jahr. Deswegen schaut es euch bei AEG unbedingt an. Dringende Empfehlung. Hunter und Krohn haben ja auch schon die Rezi online. Dazu sind total begeistert. Also ich finde, Ecos ist wirklich ein super Spiel. Ja, das war es auch schon. Viel mehr muss man zu dem Spiel gar nicht sagen. Ich bin Alex. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut!